Der zweite Tag der DOC 2019 war geprägt von Fachvorträgen und internationalen Referenten. Höhepunkt des Tages war die Aufnahme von Prof. Dr. Rudolf Guthoff und Prof. Dr. Volker Klaus in die Hall of Fame der deutschen Augenärzte. Mit der Wahl in die Hall of Fame wurde Prof. Rudolf Guthoff für sein lebenslanges Engagement und herausragende wissenschaftliche Leistungen mit über 400 Originalarbeiten geehrt. Bei all diesen konkreten, erfreulichen Dingen dürfen wir nicht vergessen, in welcher guten Zeit wir trotz aller täglichen schlechten Nachrichten leben. In Afrika heißt es, ein einzelner Baum, der umfällt, macht mehr Lärm als ein ganzer Wald, der wächst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Prof. Volker Klaus wurde für seine besonderen Verdienste in der internationalen Zusammenarbeit geehrt. Er hat sich über viele Jahre für die Ausbildung von Augenärzten in Uganda und Kenia engagiert. Von 1987 bis 2006 war Prof. Klaus zudem Vorsitzender des Deutschen Komitees zur Verhütung von Blindheit. 20 Millionen Katarakte auf der Welt, Kataraktblinde, das heißt ein Visus von weniger als 0,05, warten auf eine Operation. Wir können uns fragen, was können wir dazu beitragen. Nicht indem wir irgendwo hinfliegen, 50 Katarakte operieren, wieder nach Hause fliegen und keine Nachsorge gegeben ist. Diese Form geht im Grunde nur, wie erwähnt, in einer engen Kollaboration mit den lokalen Kollegen. Im Rahmen der Hauptsitzung wurden außerdem fünf Ehrenvorlesungen gehalten und ausgezeichnet. Den Preis für das beste E-Poster erhielt Prof. Dr. Uwe Oberheide für Speckle-Phänomene bei zwei Weltenlängen zur subjektiven Refraktionsbestimmung. Traditionell finden auch in diesem Jahr Joint Sessions befreundeter ophthalmologischer Gesellschaften statt. Diese Joint Sessions mit der ISRS und der AAO waren sehr gut besucht. Bereits am Donnerstagabend fand die Mitgliederversammlung der Augenschirurginnen statt. Der neu eingetragene Verein hat bereits 85 Mitglieder. Prof. Maja Müller und Dr. Stephanie Schmickler wünschen sich mehr Gleichberechtigung am OP-Tisch. Die Frauen sind ja deutlich unterrepräsentiert, OP-Tisch und wir haben uns zum Ziel gemacht, dies auf 50 Prozent zu bringen. Ein ganz großes Thema ist Operieren in der Schwangerschaft. Wir haben eigentlich mit den Augenschirurginnen auch erarbeitet, dass man als schwangere Frau operieren darf. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir gerne bekannter machen möchten, dass das möglich ist. Ergänzt wurde das Tagesangebot durch Praxisseminare, die von der Industrie unterstützt werden. Der konkrete Erfahrungsaustausch über Anwendungsfälle verschiedener Produkte ergänzt das Profil der DOC signifikant. Die DOC erweist sich damit als innovativer Kongress und bietet Besuchern verschiedenste Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung. Und dann muss das weiter auswählen. Und dann muss das weiter auswählen. Und dann muss das weiter auswählen. Und dann muss das weiter auswählen.